Okay, abschließende Gedanken zum Final Fantasy VII Remake. Nach 46 Stunden Spielzeit liefen die Credits. Und ich muss sagen, ich war sehr zufrieden mit diesem Remake. Am Anfang hatten ja sehr viele Fans des Originals Angst, was Square Enix quasi damit treiben würde, mit diesem Spiel, wie dieses Remake ausfallen würde. Und der Trailer hatte es ja schon irgendwie angesprochen. Die Entwickler waren sich durchaus bewusst, dass dieses Spiel sehr vielen Menschen sehr viel bedeutet und auch die Ankündigung eines Remakes durchaus Ängste hervorrufen kann, dass dieser Titel nicht wirklich die Würdigung erhält, die er verdient hätte für viele Menschen. Ich persönlich bin ein Fan des Originals, auch wenn ich vielleicht andere Final Fantasy Spiele in meiner persönlichen Rangliste noch höher einordnen würde. Aber der VII ist auch für mich unbestritten eines der besten Spiele aller Zeiten, eines der besten Final Fantasies auf jeden Fall. Und ich muss sagen, dass ich wirklich sehr erstaunt war, wie viel Liebe zum Detail die Entwickler in dieses Spiel haben fließen lassen und wie viel Mühe sie sich gegeben haben, wirklich allen möglichen Ansprüchen gerecht zu werden. Das fängt natürlich an mit der Optik, mit der Grafik, die wirklich aus der PS4 zum Ende ihres Lebenszyklus nochmal alles herausgeholt hat, was möglich ist. Auch wenn es immer wieder mal einige kleine technische Schwierigkeiten gab, einige Texturen, die nicht richtig ins Spiel hineinladen, die ziemlich niedrig aufgelöst sind, die ein bisschen matschig wirken oder erst zu spät nachgeladen werden, was ins Auge springt, aber mir persönlich zumindest nie wirklich das Spielerlebnis verdorben hat. Man merkt, dass die Hardware an ihr Limit gerät und man sich schon auf diese Konsolengeneration freuen kann und auf die PC-Version, die hoffentlich bald von diesem Spiel rauskommt. Aber die Begeisterung geht natürlich noch weiter über die Musik allen voran, die absolut überragend ist. Jedes einzelne Stück, was man schon aus dem Original kennt, wurde neu aufgenommen, wurde neu interpretiert und jedes einzelne Stück zu jeder einzelnen Stelle im Spiel hat mich persönlich einfach weggeblasen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass der Soundtrack dieses Spiels mit das Beste ist, was ich je in einem Videospiel gehört habe. Von Anfang bis Ende, jedes einzelne Stück ein absoluter Kracher. Es gibt wenige andere Spiele, von denen ich das behaupten würde. Okami ist einer meiner liebsten Soundtracks, die Persona-Spiele sind absolut fantastisch. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, dass das Final Fantasy VII Remake trotzdem noch in der Lage war, eine Schippe draufzulegen. Und ich würde mich wirklich ultra freuen, wenn ich mir irgendwann diesen Soundtrack nochmal direkt kaufen kann und in voller Gänze nochmal genießen könnte. Was nun die einzelnen Storyabschnitte des Spiels betrifft, nun, auch hier kann ich eigentlich nur Positives an dem Remake lassen. Und wie es bereits im Vorfeld angekündigt worden ist, behandelt Final Fantasy VII Remake nur die Midgar-Sektion des Spiels. Was im Original, wenn man sich Zeit lässt, bloß wenige Stunden gedauert hat tatsächlich. Ungefähr drei bis fünf Stunden, dann war man auch tatsächlich schon aus Midgar, aus dieser Anfangsstadt raus. Und diese drei bis fünf Stunden sind nun hier, wie gesagt, in meinem Bierdurchgang auf 46 Stunden angewachsen. Von denen sich allerdings keine einzige Minute wie ein sinnloses Aufblähen des Originals angefühlt haben. Also jede einzelne Minute ist mit sinnvollen Neuerungen gefüllt worden, die die Welt bereichert haben, die diese Stadt lebendiger gemacht haben, die sie mit Geschichten gefüllt haben. Von denen vielleicht jetzt nicht jede einzelne Nebengeschichte von jedem einzelnen NPC auf dem Level eines Witcher war, ganz sicher nicht. Aber ich persönlich war gut unterhalten worden an jeder einzelnen Ecke des Wegs und bin wirklich gespannt, auch was die Entwickler noch mit den nächsten Teilen vorhaben. Inwiefern sie andere Orte noch mit so viel Leben füllen können, wie sie es mit Midgar geschafft haben. Und das muss man ja dieser Stadt lassen, auch im Original, was ja schon einige Jahre her ist, war Midgar trotzdem eine der interessantesten, ausgefallensten futuristischen Fantasy-Städte, die man bisher in Spielen erlebt hat. Diese metallene Pizza, auf der die Menschen leben und unter der die Menschen leben. Die Welt, die Charaktere, ja, wie einzelne Charaktere noch mit zusätzlichen Geschichten gefüllt worden sind, wirklich ausstaffiert worden sind. Die vorher in dem Original nur höchstens eine Randrolle eingenommen haben. Die ein paar Zeilen Dialog hatten, die größtenteils ziemlich plass und platt geblieben sind. Und diese sind hier im Remake richtig zur Geltung gekommen und haben tatsächlich die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben. Allen voran natürlich das Team von Avalanche, Barretts Crew, die sehr viel mehr Charakter bekommen haben in diesem Remake und die einem viel mehr ins Herz gewachsen sind als vorher. Und das lässt sich eigentlich zu jedem einzelnen Charakter sagen, dem man vorher im Original begegnet ist. Die Team-Dynamik zwischen Cloud und Barret und Tifa und allen anderen war meines Erachtens überragend. Sie haben die Charaktere viel glaubwürdiger gemacht und dass sie schließlich als Team zusammenwachsen, ging wesentlich glaubwürdiger über die Bühne. Einfach auch indem sich die Entwickler einfach Zeit gelassen haben. Jetzt bestimmte Charakterentwicklungen nicht zu überstürzen, nicht innerhalb von drei, fünf Stunden übers Knie zu brechen, sondern im vollen Umfang eines Spiels, eines vollständigen Spiels auf den Weg zu bringen und dieses Team zusammenwachsen zu lassen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt, was für aufregende, herausragende neue Abenteuer sie noch erleben werden. Wie das Original noch weiter umgesetzt wird, wie es noch weiter ausstaffiert wird, wie noch zusätzliche Geschichten dazukommen. Und ich glaube, das ist einfach das größte Lob, das ich dem Remake geben kann. Dass jede einzelne Sekunde ich genossen habe und ich unglaublich gespannt bin, wie es weitergeht. Ich kann das Remake nur jedem wärmstens empfehlen, der natürlich Fan des Originals ist, das auf jeden Fall, aber auch Leute, die bisher noch überhaupt nichts mit Final Fantasy am Hut hatten und sich immer gefragt haben, was der große Hype um Teil 7 bedeuten soll, die nie damit warm geworden sind. Vielleicht auch, weil das Original schon deutlich gealtert ist. Ich kann das Spiel nur weiter empfehlen, wer noch auf die PC-Version warten möchte. Es heißt ungefähr, dass die PlayStation 4-Version zeitexklusiv ist für Sony ein Jahr, heißt es ungefähr. Also April 2021 vermutlich kann man wohl mit dem Release der PC-Version rechnen. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Es würde mich freuen, das Spiel in noch besserer Grafik mit noch besserer Framerate zu erleben. Und ich hoffe auch, dass dieses Playthrough hier auf meinem Twitch-Kanal, was auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden ist, jedem gefallen hat und vielleicht der ein oder andere vielleicht den Gedanken gefasst hat, diesem Spiel selber nochmal eine Chance zu geben und es in Angriff zu nehmen. Ich kann es nur empfehlen. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und viel Spaß beim Spielen.